Julian Leonhard, Tophia Leonhard, Max Leonhard und voller Name Maximilian, Laura Leonhard, Flecki Leonhard, oh Mensch Leonhard, das ist die Familie Leonhard, ach Flecki, willst du raus? Mama erlaubt es dir nicht, ich habe eine Idee, ich lasse dich einfach raus, okay? Danke. So Flecki, abmache nichts Böses. Hä, Flecki? Ich habe ihn überall gesucht, bitte nicht. Flecki, Mami. Was ist? Flecki ist weg. Schatz, komm runter. Ich komm. Ähm, was macht Flecki hier? Ich dachte, Tophia darf nicht raus. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, Tophia hat ihn rausgelassen. Habt sie, ich habe es gehört von ihm. Ach, ne, oder? Ich gehe jetzt zu Tophia und rede mit sie. Aber kannst du jetzt unser Abendessen machen? Ja, ich rufe euch alle. Okay. Ich rufe einfach Schatz und so, okay? Also Familie oder keine Ahnung was, irgendwas. Sophia, ich habe klar und deutlich gesagt, Flecki darf nicht aus seinem Käfig. Aber wieso, Mama? Flecki würde so gern raus. Und ich dachte, es ging. Aber es ist alles schiefgegangen. Ach, noch was? Amelie wollte doch um 4.00 Uhr kommen. Wieso haben wir denn? Ähm, 13.50 Uhr. Mach mich fertig. Haare bürsten, Zähne putzen. Okay. Nach 5 Minuten. Kinder, Schatz, kommt runter. Es gibt Spaghetti mit Hähnchenschenkel. Okay. Spaghetti mit Bolognesensoße. Wow. Tomatensauce, Max. Ja, ich komme gleich. Hm. Ich weiß nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich komme gleich, Papi. Du nervst. Oh, nee. Ach, Mann. Jetzt kriege ich vielleicht irgendeinen Gummens. Heute ist Montag, Feiertag. Nö. Ich esse Feiertag jetzt. Das ist doch mal. Es ist immer Feiertag. Das du reichst, Julian. Und hat es euch geschmeckt? Ja, es war super lecker. Ich muss aber jetzt nach draußen. Amelie kommt jetzt. Und, und. Danke, Böffel. Das ist der Kresse. Ich muss jetzt gucken, wo Amelie bleibt. Ist gut. Hallo, Sophia. Hallo, Amelie. Der zweite Tag, wo du bei mir bleibst, hm? Ja, schön, oder? Ja, aber Amelie, eine Problemung. Welche Problemung? Wieso sind wir gerade draußen nicht drin, ne? Ja, weil du wartest doch nach draußen. Ach, es ist aber jetzt kalt, wie ich merke. Und die Frau läuft so rum. Es ist doch kalt. Okay, sie wird ihre Schönheit zeigen. Ich will auch meine Schönheit zeigen, aber ich darf nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, komm, wir gehen rein. Und, ähm, Frau, ähm, also die Mama von Amelie, wie lange, dass wir bleiben? Ich bin Katja. Ähm, ich weiß nicht so genau. Ich überlege noch. So bis sieben? Wie, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Elf Uhr morgens. Also meinst du acht Stunden? Mhm. Geht das? Ja, super. Komm, Amelie. Na gut. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr beiden. Ja, danke. Ich wünsche dir auch viel Spaß. Danke, Sophia. Und Mama, hier ist doch das Glas. Ach, ich denke. Ich wünsche dir viel Spaß, mein Spatz. Sophia, ich liebe deinen Bauernhof. Der ist so schön. Findest du, Amelie? Ja. Aber ich habe keine Figuren und so. Mit Händen macht das doch auch Spaß. Das haben wir doch auch letztens gemacht. Ach, ich denke. Du, Sophia, ich will mit dir reden. Okay, Mama. Mama, was ist denn los? Nein, Mama muss mich noch fragen. Sag es bitte. Ja, letztens, wo Amelie bei mir war. Dann sagte ich sie, ich muss auf den Klo gehen. Aber ich wollte mit Jolan sprechen. Und weil ich mir ein Junge ausgeben will. Und das klappt einfach nicht. Und ich wollte alles tun. Das war auch nicht schön. Und jetzt habe ich keine Klamotten mehr. Und diese schätzliche Sachen. Ach, Sophia. Sag einfach du. Dann kommen schon ganz viele Jungs zu dir. Sogar so Mädchen, die acht, neun Jahre alt sind, kommen viele. Meinst du? Ja, kommen schon. Na gut, Mama. Aber aufhörlich hat Amelie nichts. Aber sie hat es doch schon. Du weißt es doch schon. Ja, ich weiß. Ich will nur nichts. Ach, mein Spaß. Macht dir doch nichts draus. Frag doch deinen Freund dann, dass sie was zu trinken will. Dann gibt es die Bahn. Okay, Mama. Danke. Bitte. Amelie, steh mal auf. Was ist denn, Sophia? Wieso bist du so glücklich? Ich wollte fragen, ob du was zu trinken möchtest. Ja, lieben, gerne. Na komm. Hallo, meine Lieben. Heute war es nicht so ein toller Tag. Ich weiß. Aber sieht man gut. Amelie will jetzt mit mir trinken. Da habe ich Glück bekommen. Oder? Ich wünschte so gerne, ich wäre mit einem Jungen. Denkt ihr, es klappt? Ich war ja früher mit Jonas. Aber wenn ich ungesungen bin, wohnt er jetzt ganz allein. Denkt ihr, seine Eltern mögen ihm noch, weil er jetzt keine Freunde mehr hat? Und wir hoffen ja natürlich. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Und ihr könnt uns kosten und abonnieren. Und vergesst nicht, den Daumen hoch zu machen. Ciao. 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 .